Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Unboxing Kanal und aktuell kommt ja das Samsung Galaxy 7 heraus und das S7 Edge ist heraus und das Galaxy Note 7 kommt heraus und das S7 Edge ist ja heraus, also Samsung schon bei der Version 7. Ich möchte jetzt nicht eines dieser neuen Geräte vorstellen, sondern einmal einen Rückblick geben, wie die Entwicklung bei Samsung von starten gegangen ist und da möchte ich eben zwei ältere Modelle vorstellen. Das ist hier zum einen das Samsung GTS 5230 und dann das Samsung Galaxy S Duos 2. Das sind diese beiden Geräte und wenn man sich das ganze anschaut, dann sieht man hier das kleinere Gerät hat eine größere Verpackung wie das größere Gerät und ja die genaue Bezeichnung von Galaxy S Duos 2 ist GTS 7582 und schauen wir uns einmal die Spezifikationen des kleinen Geräts an und ja es hat ein Edge Quadband mit 850, 900, 1800 und 1900 MHz 3,2 Megapixel Kamera. es ist nur eine rückseitige Kamera verbaut, also damals von einer Frontkamera noch absolut nichts zu merken, nur eine rückseitige Kamera. Ja dann gibt es eine 3,0 Zoll TFT LCD Monitor und ja TouchWiz 1,0, also es war schon ein Touch Display, aber eben ein sehr einfaches und hier, das sieht man auch am Menü, es war noch ziemlich alles am Anfang und ja auch die Kamera mit 2, 3,2 Megapixel ist ja ziemlich ziemlich weit weg von von dem Stand, was wir heute kennen. ja dann gibt es verschiedene Apps, MP3 Player, FM Radio, Bluetooth ist verbaut, ja das die Spezifikationen des kleinen Geräts und dann habe ich hier eben das Samsung Galaxy S Duos, auch schon ein älteres Gerät und es hat eine Frequenz von HSBA Plus mit Dual Band 900 und 2100 MHz, dann Edge und GPIS Quadband 850, 900, 1800 und 1900 MHz, es ist ein Dual Core Prozessor verbaut mit 1,2 GHz Dual Core, dann ein 4 Zoll TFT LCD Monitor, hier ist dann schon eine 5 Megapixel Kamera verbaut, hinten und vorne, also hier hat man vorne die kleine Kamera und auf der Rückseite eben die bekannte Samsung Kamera. ja dann hat man eben auch hier ein Touch Display für Android, GPS, Geotagging und so weiter, also wie viel das praktische bei diesem Gerät ist, dass man 2 SIM Karten auch schon einstecken kann, Dual SIM somit und hier sieht man dann auch schon, schon den Unterschied, also das ist das, was man eigentlich schon von Samsung kennt, also die ganz normalen, das ganz normale Menü und das ist man eigentlich schon mehr und besser gewohnt von Samsung, als noch das alte bei diesem kleinen Gerät, ja auf jeden Fall es ist schon toll zu sehen, wie eigentlich die Entwicklung von starten gegangen ist, also ganz am Anfang wie die Handys herausgekommen sind, da waren es noch so riesengroße, da waren es noch so riesengroße, ziegelsteingroße Geräte, dann ist es immer kleiner und kleiner und kleiner geworden und dann, als man ungefähr in dieser Größe angekommen ist, ist es dann wieder umgekehrt geworden und die ganzen Displays und alles, es ist immer größer und größer und größer geworden, mittlerweile hat man ja schon wirklich 6 und 7 Zoll Displays auch bei Smartphones und ja, hier dieses mit, ich glaube, wie viel war das, 4 Zoll, ist ja auch schon eines, bei den heutigen Smartphones eines der kleineren, also da gibt es wirklich schon um die 6 Zoll und mehr, aber man sieht, jetzt geht wieder alles in Richtung größer, 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 damit man da auch wirklich im Internet surfen kann und alles eben auch gut erkennen kann, was man auf den besuchten Seiten sieht und so weiter, also ja, eine ziemlich verrückte Welt mit der Entwicklung, Zuerst gab es ja ganz große Handys, dann die Entwicklung zu ganz kleinen Handys und wie man bei ganz kleinen Handys angekommen ist, geht jetzt die Entwicklung wieder zu immer größeren Smartphones hin und ja, kann man eigentlich mit den älteren Handys nicht vergleichen, also ein Smartphone und ein Handy ist von der Anfangszeit ganz etwas anderes, aber auf jeden Fall toll zu sehen, wie sich da auch die Entwicklung bei Samsung abgezeichnet hat und ja, mittlerweile die S7 Edge zum Beispiel ist um einiges größer, also nur in diesem Bereich, im Gegensatz zu jetzt der Duos zum Beispiel hier, auf jeden Fall, ja, wie man auch sehen kann, dann Verpackung ist, das ist die Verpackung der Großen und das ist die Verpackung der Kleinen, dort ist es genau umgekehrt, große Verpackung für kleine Smartphones und hier kleine Verpackung für große Smartphones bei Samsung. Also Samsung macht eigentlich nur mehr Verpackungen in dieser Größe, das genau geeignet ist mit der Größe des Smartphones und das sieht man ja auch bei den neueren Modellen, die sind eben, da ist die Verpackung auch so groß wie eben das Smartphone. Ja, soviel einmal Rückblick in der Entwicklung der Smartphones bei Samsung anhand dieser zwei Geräte. Ja, unterhalb des Videos gibt es dann den Link zu den neueren Geräten, das Galaxy Note 7 und das S7 Edge, ja, man kann das dann noch sehr gut mit diesen beiden Geräten vergleichen. So, bis zum nächsten Mal und viel Spaß!